Herzlich willkommen auf meiner Homepage. Ich bin Ralf Kapschack und kannigiere für die SPD bei der Bundestagswahl im Wahlkreis 139. Der Wahlkreis, das sind die Städte Hattingen, Herdecke, Spockhövel, Wetter und Witten. Ich bin in dieser Region aufgewachsen, kenne die großen Chancen hier an der Ruhr, aber auch die Probleme. In Berlin möchte ich mich gerne einsetzen für mehr soziale Gerechtigkeit. Das heißt zum Beispiel gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Das heißt zum Beispiel die längst überfällige Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns. Und das heißt vor allem eine ausreichende Altersversorgung für alle Bürgerinnen und Bürger. Mit der SPD möchte ich mich dafür einsetzen, dass unsere Städte finanziell wieder auf die Beine kommen. Damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben, haben wir hier auf meiner Homepage einige Informationen für Sie zusammengestellt. Sie können mich einladen auf einen Kaffee. Ich bringe den Kuchen mit. Wenn Sie Anregungen und Kritik haben, melden Sie sich bei mir. Ich melde mich bei Ihnen. Versprochen.